Vereinbarungsgemäß kommen wir nun zu den Abstimmungen der Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Können wir bei allen Beschlussempfehlungen auf die Berichterstattung verzichten? Das scheint der Fall zu sein. Ich sehe auf jeden Fall Einvernehmen. Dann machen wir das so. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 37. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zur Petition. Das ist Drucksache 19-616 aus 21. Wer stimmt diesen Beschlussempfehlungen zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten und die AfD und der fraktionslose Abgeordnete. Herr, damit das ganze Haus. Vielen Dank. Damit sind Sie angenommen.